Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen Rebound. Let's rock! Oh? Oh, cool! Oh mein Gott! Hä? Oh, hä? Wie geht so was? Das muss doch irgendwie Creamscreen sein, oder hat der übelst die Ultra-Instinkt-Balance? Okay, ich kann mir vorstellen, wie das funktioniert. Und der Schuhswerger, das Ding fällt auseinander! Das geht nicht. Also nicht so, wenn du irgendwas in die Katze ans Ohr hältst. Und warum fällt der jetzt runter? Was war so eine Mission? Alter, diese riesen Maus auf dem Fernsehen, Mann! Cursor. Äh, ist eine Maus. Mauszeiger. Hä? Hä? Wieso dreht sich der Deckel? Hä? Was? Hä? Wieso schleppt sie eine Eule mit sich durch den Lagen? Oh, das ist eine Katze? Ich bin, ne. Ich meine, verkleidet als Eule, aber da sah der Kopf echt zu echt aus. Oh, oh. Oh, oh. Also, wenn der sich verschluckt, dann hat sie sich verschluckt. Jawohl! Ich glaube, das will ich nicht fressen. Äh! Oh, oh, oh. Der ist verbrochen. What the fuck? Und er geht gleich ins Wasser. Er wollte ihn direkt mit der Hand fangen. Hä? Kennt man? Kennt man? Das hat meine Katze auch immer gemacht, Alter. Ich baue einen neuen Katzenbaum auf. Während ich noch am Bauen bin, geht sie auch manchmal an den Katzenbaum. Das ist mir schon vier, fünf Mal passiert, weil ich öfter neue geholt habe, weil sie sie schnell kaputt gemacht hat. Und immer geht sie beim Bauen an den Baum und kratzt dann rum und klettert dann rum. Kaum bin ich fertig und sie legt sich auf die Anleitung und der Baum ist vollkommen uninteressant. Oder in Kartons. I don't know how I've got myself in this position. But it's not good. Oh, oh. Das wird gut tun. Hoffentlich hat's wirklich weh. Dann sonst lohnt sich's nicht. Hä? Marmel. Ach, im Kino? Wir haben mal McDonald's fressen, reingeschmuggelt im Kino. Das ist schon ewig her. Das kontrolliert ja keiner. Ich dachte immer, die kontrollieren der Rucksack oder so. Du musst dir so einen Spinn tun, aber nö. Wie ist das bei euch? Das hat auch dementsprechend da drin sehr nach McDonald's gerochen. Das Auto ist ein bisschen falsch geparkt, ne? Die warten bestimmt auf dem ADAC. Also so erschreckst du... Gut, vielleicht wollte ja niemanden erschrecken. Vielleicht wollte der mich jetzt zum Lachen bringen. Das hat er geschafft. Okay. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich verdrück' das noch rauschen. Stabil gelandet. Oh nein, das wird schief gehen. Das geht immer schief. Wenn das nicht auf Kamera wäre, das hätte dir keiner geglaubt. Hä? Kann man die nicht wieder so einfangen? Weißen die? Wow, wo kommt der? Ja, wird da ja. Was? Die Waffe ist nicht gut. Ach, ist ein Blasrohr. Hä? Okay, das war mal cool. Jo, Alter. Mit dem Ding zu Pip-My-Ride, das wird bestimmt krass. Pip-My-Ride war ja auch so eine krass Fake-Sendung. Also es war schon echt, wie die da hin sind, soweit ich weiß. Aber vieles, was sie in die Autos eingebaut haben, mussten sie nach der Sendung wieder ausbauen, weil es halt nicht für die Straße dann zugelassen wurde. Ja, auch in Amerika. Man kann es kaum glauben. Oder wo auch immer das war. Vieles mussten die Teilnehmer sogar selber zahlen, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wie wir es hier kennen, bei allen solchen Sendungen immer Fake oder gespielt. Ja gut, gefaked ist ja gespielt. Aua. Aber ja, das ist der Sinn meines Lebens. Was? Leben sind erfüllt? Okay, sehr cool. Wo kommen die her? Juhl, die Tree Cats. Hä, verstehe ich jetzt? Ach, die kippen. Wie viel wird der rochen, Alter? Wow. Oh mein Gott, nein. Aber das war so ein cooler Wurf. Stell dich vor, Eddie ist doch so gefangen, so wapp, zack. Die Katze machen. Einfach pop, pop, pop. Was war das jetzt? Mama hat er den Tisch umgedreht? Warum schmeißt er noch einen Stuhl? Aber das ist meine Katze auch immer gemacht. Das war immer über die Fahne hier. Und dann greift sie an. Na so nicht. Na, wie sagt, bitte geradeaus fahren. Hä? Okay. Na, wie sagt, bitte wenden Sie? Oh mein Gott, ist der irre? Na gut, da passiert eh nichts. Hoffe ich zumindest. Ich wollte meinen Hamstern mal Melonen geben. Ich weiß auch nicht, ob die das essen dürfen in den Kernern da drin. Ja, ja. Oder meinen Ratten. Einfach so Lego-Sound. Meine Katze war auch nur so bescheuert, ins Wasser zu springen. Wie hat das einfach nichts ausgemacht? Wow. Sylvester-Tonne. Ist aber cool, wenn alle Nachbarn mitmachen. Schon stabil. Was? Das ist Aua-Lampaliko-Zähler. Und die Tür fällt noch rum. Ey, aber wie lange die Tür noch stabil stand. Er will reingehen und geht doch wieder raus. Und direkt die Treppe runter. Okay. Der arme Mann. Was? Loob, Alter. Do the push-ups. Warum machen die das? Genau wie ich spinne. Keep going. 3. Oh mein Gott, der hat ins Bett gepisst. Oh nein, das ist ein Saal. Was? Ich habe kein Wort verstanden, Alter. Was will der mit deiner Mutter? Oh, oh, der kommt auch an hier. Oh, 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 das Wort dort. Oh nein. Also ich habe jetzt wegen dem Vieh lachen, weiß ich, was das war. Oh, oh. LOL. Der Typ, Alter. Der Typ, Alter. LOL. Okay. Ja, wo war das? Ah, okay. Oh, jetzt, jetzt. Fernsehen an und dann kann es losgehen. Okay, das ist echt. Oh, das ist echt cool. Das ist mega stark. Okay, gleich hier. Okay. Ich fühle gut, Äthi. Die Katze guckt mit. Kenn ich auch. Meine Katze hat auch manchmal so übelst auf den Fernsehen gestarrt, als ob sie genau weiß, was da passiert. Oh, Patsch. Aber warum? Das ist doch vollkommen sinnlos. Ja, gut. Auf Schnee, okay. Ist cool. Äh, wer fährt jetzt das Auto? Ah, das ist ein Noob. Ach, der zweite macht auch. Ach, jetzt ist ja keiner mehr am Auto. Oh, nein. Ich verstehe kein Wort, Alter. Kann mir das mal jemand übersetzen? Ja, so, das war das, was ich mit Katze meine vorhin. Das ist ein Message für Cesar Salad mit Grilled Chicken. Okay. Ich will Cesar Salad mit Grilled Chicken. Okay, das war funny, aber richtig, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Und ich bin froh, dass diese komischen, schlechten Katze weg sind. Outro